Alli hallo und herzlich willkommen beim kleinen account des Guzoas Level 62 habe ich mir mittlerweile gegönnt, habt ihr gerade gesehen wie das goldene hochgeschossen ist? Ist natürlich geil, gucken wir mal, schade schießt hier nicht nochmal hoch, aber egal Was haben wir hier für ein Crossen-Shield? Ich merke gerade, nichts mehr im Bau sehe ich gerade Das ist cool, das ist alles komplett gemaxed Ich könnte noch meine Lager, jo, die Lager könnte ich theoretisch noch ziehen Und ich könnte die Kaserne, aber die Kaserne muss ich auch erstmal die Kohle bzw. das LX dafür machen Mal gucken, was wir hier an den Start bringen Wie gesagt, truppentechnisch hat sich das echt bei mir jetzt durchgesetzt Ich habe das ja Heute, jetzt kann ich es euch ja sagen Ich habe es ja Vorher schon An diesem heutigen Tag, sage ich jetzt mal Am Montag Habe ich ja Das dunkle erfarmt für den King Auf meinem 2. Account Also auf meinem 1. Account So Was für Wuhu Na, da will ich jetzt nicht unbedingt spenden Und ich kriege gerade Nachrichten Egal, egal, egal So Also, weiter Ne, und wie gesagt, da habe ich ja den King jetzt auf Level Ich glaube sogar schon auf Level 17 angestoßen Und langsam läuft es echt da Also man muss sich das wirklich immer wieder Also das ist wirklich mein Tipp an alle Jetzt im Bereich Farmen Wirklich ein krasses Ziel setzen Pass auf, ich will das und das haben Fertig aus Nicht 20.000 Sachen zeitgleich machen Das und das gemacht und fertig aus Danach wird sich gefreut Und dann kann man ein nächstes Ziel angehen Das läuft also, finde ich bei mir wirklich am besten Läuft Kleinen Moment, kurz überlegen, wo man reingeht Ich würde fast sagen, hier Dann wirklich erstmal die Gebäude Die Dev-Gebäude komplett clearen Erstmal ablenken Und das war's Ich hau die jetzt alle rein, vollkommen egal Und Wirklich den Rest gar nicht mal so Rumspammen, weil ich denke Das müssten die Riesen eigentlich ganz easy clearen können Kann ich den King reinschicken? Ich probiere es Ja, geil, der King geht rein Ist ja immer so eine Sache Wisst ihr selber So, jetzt ist der Einzelschaden Fast weg Klar, die Kanonen, die werden noch richtig reinballern Auf jeden Fall So, gucken wir mal Alter, was ist denn mit den Riesen passiert? Ah, das hätte ich Also so in der krassen Form Hätte ich es nicht gedacht Dass die so Übel abkacken Ist ja gut, dass ich den King da schon am Start habe Haltet euch bitte nicht so lange Mit dem Rathaus auf Das könnte richtig in den Sack geben Zack, der Minenwerfer ist weg Und jetzt der nächste Minenwerfer auch Und dann ist es Drinne Aber Ich hätte echt gedacht Dass die Riesen ein bisschen mehr aushalten Ich meine, es sind nur Vierer Riesen Es sind nicht Sechser Riesen, klar Aber Da hätte ich echt noch ein bisschen mehr erwartet von Aber trotzdem jetzt kein Kein schlechter Run Auf jeden Fall Ich wollte es halt eben nicht so machen Man verballert die ganzen Goblins draußen Und sagt sich Gut, okay Alles weg Klar, man hätte theoretisch auch sagen können Komm Nur mit Goblins rumgegangen Wäre eventuell sogar noch Eine Sache, die um einiges günstiger gewesen wäre Aber Ich freue mich ja Ich freue mich ja Dass ich den King immerhin schon auf vier gepusht habe Aber Dafür braucht man schon echt in dem Bereich relativ lange Finde ich Aber das war doch ganz nett Das läuft doch Also jetzt natürlich gleich wieder gucken Weil ich ja noch neun Mauerbrecher habe Brauche ich natürlich dann Nicht wieder hier 20 Stück Das ist immer so mein Problem Immer wieder Dann denkt man Oh ja, passt schon, passt schon Und dann Stehst du da und hast irgendwie 50 Mauerbrecher Die dunklen Truppen muss ich auch noch upgraden Habe ich definitiv im Kopf So ist es nicht Oh, ich habe Ich habe eine Mille Damit könnte ich beide LX Lager upgraden Die müssen auch hoch Ja, das mache ich jetzt Weil ich habe effektiv wirklich Meine Gesamten Bauarbeiter Zur Verfügung Da wäre es jetzt irgendwo Quatsch Die Mauern kurz zu machen Zumal ich bei den Mauern schon ganz Ganz gut dabei bin Aber Das wirkt auch nur so Gucken wir mal rein Das wirkt so Oh cool Ist ja schon einiges geschehen Aber das sind irgendwie 40 Mauern Oder sowas Hier 46 Mauern haben wir hier gerade Das wirkt gar nicht so krass Man denkt Also dass es noch Noch so viele Sechser wären Man denkt so Oh ja Nein, nicht die Hälfte Aber schon Ein gutes Stück Und dann Ja, toll 46 Mauern Toll So Da kann ich jetzt gerade Nicht wirklich viel Drin rumschreiben Ich könnte nochmal Boost nehmen Aber Hier will ich auch Die fünfte Bauhütte Obwohl Wenn ich hier auf Meister gehe Würde ich nochmal Ein Tausender kriegen Von Gems her Na, mal gucken Läuft Auf jeden Fall Ja, ich Ich hau hier nochmal Einen Angriff rein Oh, sehr geil Aber Da komme ich Nicht mit drei Riesen ran Hier würde man Das Gold kriegen Und das wäre es dann Aber auch schon Nee Aber der wäre nett gewesen Ich hätte blitzen können Ich hätte blitzen können Und ich hätte auch Blitzen sollen Aber gut So ist es halt Ne Oh, sehr geil Richtig schön eng Aufeinander Sag ich mal Ich würde mal sagen Hier Das ist mein Hauptaugenmerk Der Dreier Müsste das sein Der Dreier Magier Turm Der muss auf jeden Fall Daran glauben Und dann halt Minenwerfer Aber Ich brauche die Ich muss die Minenwerfer Nicht kalt kriegen Ich muss die Minenwerfer Nicht kalt machen Mir reicht das Wenn ich die Den Magier Turm Gesplasht kriege Das reicht mir schon Aber das Ja Ich habe Ich habe Muss ich ganz ehrlich sagen Knallhart Ich habe nicht an die CB gedacht Ich habe nicht an die CB gedacht Und jetzt ist garantiert Mein Riese gleich down Und er hat sogar noch eine Hexe Oh das ist ja voll unfair Aber ich nutze einfach den Moment Und hoffe Dass ich irgendwie An dem Magier Turm vorbeikomme Oder soll ich den blitzen Ich glaube der macht mir sonst alles kaputt Und dann habe ich vielleicht sogar noch die Hexe geblitzt Ja sehr geil Sehr geil Weil Alles andere ist Quark Jetzt haben wir nicht mehr so viel Fläche Klar Die Minenwerfer Aber in der Range bin ich nicht drinnen Das müsste gerade so passen Und wenn sie jetzt dahin rennen würden Ja okay Da sind sie schon dort Ärgerlich Sollte man da jetzt noch Doch Ich glaube ich Ich blitze hier noch Ich blitze hier noch Ja war ein Erfolg auf jeden Fall Ja War ein Erfolg Passt Auch nice Also das war in Ordnung Das war ja jetzt nicht Schade dass ich nicht alle Truppen hatte Klar am Ende Schade Aber so ist es halt So ist das So die brauchen wir Wie viele Mauerbrecher habe ich jetzt Die hatten ja fast alle überlebt Fünf Dann darf ich jetzt noch ein bisschen was bauen Und zwar Fünf Eine Mille Alex habe ich noch Kann ich noch Nee eine Mille Alex Kann ich nichts reißen Nee Okay Ärgerlich Aber so ist das Leben Okay passt Jetzt sind wir auch hier wieder weiter Ich mach mal anfordern Ja genau Jetzt noch eine Hier Oh die Wo ich richtig Aber kommt Ich kann es euch doch zeigen Ist doch kein Thema Ich war halt wie gesagt Komplett inaktiv Guckt mal Angriffslog Seht ihr Hier letztes Mal Vor zwei Tagen 20 Stunden Und dann war halt gar nichts Dann war null Und Da habe ich richtig Auf den Sack bekommen Logischerweise Hier das Das ging noch Das hier hat schon Weh getan Und das hier wirklich Eine Minute Echt Eine Minute zu spät Und der hat mir natürlich Ich meine Der hat mir dann Noch nicht mal alles geklaut Glaube ich So also hier Hier seht ihr halt eben Was mit einem zweiten account los ist Und ich werde wieder immer So einen kleinen wechsel machen Da mal da mal Und dann passt das Ihr haut rein Und dann Bis zum nächsten Mal.